Herzlich Willkommen, da bin ich wieder bei Tony Hawk's Pro Skater Nummer 4 Und jetzt geht's auch sofort weiter mit unserer Mission Nicht Mission, äh, mit unserer Karriere Und wieder ab nach San Francisco Was wir als letztes machen wollten, weiß ich schon gar nicht mehr Wir wollten uns erstmal auf den Boden legen, genau Erstmal ausruhen von des Tages Last Ist immer gut Alter Ich quatsch mal mit dem Okay Ich weiß noch nicht, was ich machen soll, aber Jo Okay, ich glaube, ich muss möglichst viele Punkte machen Ähm, ja, und das war's So Bekomme ich doch ein paar Punkte zusammen hier Yeah Und zack, und zack Woah, scheiße Verdammte Kacke Wow Geil Okay Kommt man hier hoch Oh, 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 die Zeit läuft ab Ah, schnell Noch ein paar Punkte Komm, 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 komm Schnell zur der Rampe noch Okay Die hab ich noch drin Oh 95 der Erste Alter, was muss der denn gemacht haben Scheiße Also ich glaube, er ist nicht hingefallen So wie ich Ich versuch's nochmal ganz komplett neu Vielleicht Kann man da ja noch was rausholen Geil So Ey, da wollte ich Nein, nicht hinfallen Das kostet unnötig Punkte Geil, okay Das hatte was Nein Alter Sagte doch Nicht hinfallen Diese Masse Kein Lipp Machen Lipp Trick Punkte Wie viel haben wir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dann machen wir nochmal neu Wir wollen ja auch Den Rand gut beenden hier Oh, der war gar nicht schlecht Sowas sollen sich doch mal sehen lassen hier Alter Ich blätter doch mal so drauf Hallo So Er macht keinen Lipp-Trick mehr Alter Ich muss da wieder rein Alter Scheiße Mann Ich hab da schon gar nichts hier Ich fahr hier die ganze Zeit raus Und dann will er keinen Lipp-Trick machen Hm, war nichts Okay, lass ich jetzt erstmal so stehen Scheiße Verdammt So, fahr ich nicht erstmal um Scheiße Ich hab gedacht, man kann da hier hochfahren Okay Weiß ich schon mal nicht Wieso fällst du hin Junge Mano Und dann will er Kann auch keinen Lipp-Trick machen, ey Was ist das denn Hier macht das Bleibe ich jetzt auch hier Und nochmal Schade Okay 77 Bin immer noch dritter Versuchen wir mal Äh, cool Was war das Also hier Geht's mal richtig ab Wer gerade erst einschaltet Ähm Wir versuchen gerade Um eine Medaille zu kämpfen Was Und Wir Losen richtig ab Weil wir die ganze Zeit hinfallen Hey Komm Und nochmal Einer geht noch Boah, gut Gerade so Und 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 Hm Ja Ging Also Wir sind jetzt nur dritter geworden Aber Ja Besser als Nichts Ähm Auf einmal fallen wir runter Genau Und Zack Ey Stimmt Ich wollte euch mal zeigen Was passiert Wenn man gegen den Zug fährt Wenn er nicht wegfährt Na egal Da kommt sicher wieder Ey Warte mal Warte mal Warte mal Warte mal Gut Danke Ja Haha Ah Das wollte ich machen Wohohohohoho Das ist so cool Oh da ist der Zug Okay wir verklassen jetzt mal Vollgegen Und Landen einfach auf dem Dach Haha Geil Das versuch ich gleich auch mal draußen Erstmal gegen die Straßenbahn fahren Und auf dem Dach landen Sie haben ein bisschen Business Hunderttausend Der hat ja wohl den Arsch offen Schaff ich doch nie Alter Was erwartet der denn Da muss ich ja hier aber ein paar Geile Kombos hinkriegen Okay Alter wieso Bleiben wir da nicht hängen Auf der anderen Seite Okay Scheiße 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 Gut also Ein paar Punkte sammeln Komm Erhalte dich Nein Verdammt So Die Seerauben sind wieder da Übrigens Die sitzen einfach wieder ganz normal da Scheiben Und ich Lose hier erstmal voll ab Alter Ist das Alcatraz da hinten Ich glaub schon Und das ist die berühmte Brücke da hinten Da lang So Kann man doch mal sehen Oh geil Ey der Pool hier ist cool Schaff ich doch nicht So auf die Schnelle im Pack Hunderttausend Punkte zu machen Boah 82 hab ich geschafft Also 82.000 Wohoo Dann suchen wir uns gleich mal eine neue Version Die vielleicht nicht so schwer ist Auto Auto Zug 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 Jetzt hat es nicht geklappt Warte Ein kleiner Versuch Ob man sich hinten dran hängen kann Verdammt Der Zug ist relativ schnell Ich glaub man Könnte sich sogar hinten dran hängen Wenn man denn schafft Mitzuhalten Ey warte Warte Nicht so schnell Wuhuhu Yeah komm Oh schade Zack Und zack So Wir machen es uns mal einfach Die anderen wissen wir noch gar nicht Okay Dann müssen wir also die Mit denen so sprechen Die guten alten Zeiten Sprechen also wer macht das heute noch Hey 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 You see these cones I put down here All right You should do a manual All the way from the first set To the second set Okay Okay Ach bis da Okay Von wo Hab ich es geschafft Hä Ähm Hat wohl nicht so ganz geklappt Ich verstehe grad auch nicht Genau was wir machen sollen Manual overheads Walkway Okay Haben wir doch jetzt geschafft oder nicht Weil Hä Wieso denn ich Ich hab's doch Ich hab's doch Markierung geschafft Nochmal Komm Alter Wieso hast du nicht genug Schwung Ich verstehe es nicht Tut mir leid Aber Ich verstehe einfach nicht Was ich da machen soll Da Ich hab ein Paket gefunden Juhu Das gehört jetzt mir Ähm Und die anderen Du musst ich jetzt alle Mühtelig finden oder was Oh na super Doch da hinten sehe ich Zwei Beile Da sehe ich eins Da sehe ich eins Okay Das Dürfte doch wohl nicht Die Schwierigkeit sein So Okay Und da nochmal Ja geil Oh dann hätten wir jetzt Schon unsere fünf Wenn wir Das hier auch bekommen Hallo Dann versuchst du es eben so Thank you so much Now I can keep my job No problem Also ähm Ich hatte ja letzte Runde Ein paar Sheets gekauft Und Die hab ich Wieder deaktiviert Weil Ohne Sheets Macht das Spiel ja auch Kein Spaß Und weshalb Spielt man es Na um Spaß zu haben Ui 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 So weiter geht's Ach schade Boah Mich fällt grad voll nicht ein Was ich sagen soll Bin grad Voll im Spiel drin Wir versuchen jetzt einfach nochmal die Skate Mission Ja das kennen wir ja schon Gut Also sammeln wir jetzt Wieder das Skate Also der Betrunkene war eh am besten Also Ihr könnt da sagen was er wollt Der Betrunkene war Am geilsten Oder ist am geilsten Ich glaub das war auch der Typ Bei der Seerobbe Das war der gleiche Oh da muss ich ja Nach oben stimmt Da muss ich ja nach oben Ja super Wie kann ich denn da lenken Gibt's doch gar nicht Alter diese Lieder Werde ich denn sowas an Aber ich sing mit Warte 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 Ey gehst du da lang Jo geil Eins zwei drei Alle hepp Das gibt's doch gar nicht Das kann man gar nicht schaffen Aber man muss das schaffen können Aber ich weiß nur nicht wie Was mach ich denn falsch Ich versuch's da rüber zu lenken Und ich kann Ich komm aber keinen Millimeter näher Hm Merkwürdig Also Nochmal Ähm Also ich bin oben Und falls ein Fall wieder runter Es gibt's doch gar nicht Alles nass Ja ja Ach Acht Sekunden Schaff ich eh nicht mehr Ich weiß nicht wie ich da lang Kommen soll Ach Bestimmt habt ihr das Vielleicht habt ihr das Spiel selber Und bestimmt sagt ihr Das ist doch super einfach Wieso kannst du das nicht Sorry ich krieg's einfach nicht hin Ich weiß nicht wieso Aber ich krieg's Nicht hin Haha Aber es wäre doch langweilig Wenn ich sofort alles Mit einmal hinbekommen würde Hätte ich ja gar keinen Charme mehr Alter Ich muss in die andere Richtung Gut Also Neue Runde Ein neuer Versuch So lang Nein Alter du solltest Anhalten Nicht runterfallen Äh Also diese Runde Sehe ich schon Mit Überhaupt nichts Boah So Komm 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 Ja 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 ich freue mich Und Nein Nein Jetzt freut mich nicht mehr Nein 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 Fall doch nicht Nein Das gibt's doch gar nicht Nein Fall doch nicht Wasser und Sporn So weit weg Ey das gibt's doch gar nicht Bin ich heute zum Scheitern verflucht oder was Ey klappt ja gar nichts Ich versteh's nicht Ich versteh's nicht Und nochmal Also wir haben jetzt das K geschafft Ich meine das T Nicht das K Das K Schaffen wir ja sowieso Also das T haben wir Jetzt geschafft Und jetzt ist das I das Problem Haben die das überhaupt mal Probe gespielt Die Entwickler Oder einfach nur gesagt So Da klatschen wir jetzt Die Buchstaben hin So Muss funktionieren Alter Wieso komme ich da jetzt nicht mehr hoch Bin doch gerade auch hochgekommen Geh doch Menno 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 So Und jetzt nochmal Hey Ja Und jetzt Wurde Okay 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 Langsam Rückfahren Bremsen Halter war das knapp Was machst du denn da Wieso machst du deinen Podslide Du solltest Springen Oh geil Diese Mistion Nein du sollst Da kein Podslide Machen Boah ehrlich Ey Das geht echt an die Züche Ey die Zeit ist gleich schon wieder um Scheiße Hallihallöchen Bei einem Fail Play Von Tony Hawk Broscape Nr. 1